Tag gesagt und herzlich willkommen hier auf meinem Wetterkanal. Der Sommer steht in den Startlöchern. Offizieller Sommeranfang ist dann am Dienstag. Ja und wie soll es anders sein? Am Dienstag ist das Wetter leider ein bisschen schlechter. Da gibt es nämlich ein paar Wolken, hier und da Regenschauer und auch das ein oder andere Gewitter könnte vom Himmel zucken. Ab Mittwoch hält sich dann aber das Wetter an die Sommervorschriften. Dann wird es nämlich wärmer in ganz Mecklenburg-Vorpommern und das bei Werten um 26 Grad. An der Küste natürlich ein bisschen frischer durch den Seewind. Ja und in der Gegend rund um Griechenland haben wir gerade eine Hitzewelle mit 40 Grad plus und diese Hitzewelle schwappt dann nächstes Wochenende auch hier zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt da gibt es dann auch ein paar Hitzgewitter und es wird auch dann deutlich wärmer, sodass ich nach jetzigen Prognosen sagen kann, dass wir auch hier in Mecklenburg-Vorpommern im Binnenland die 30 Grad Marke knacken. Ich halte euch natürlich hier auf dem Laufenden, wie sich das Wetter entwickelt. Also klickt mal wieder rein und dann sage ich euch, wie das Wetter wird. Euer Werner.